Willkommen zu Dreamland! Miss Saigon gehört zu den berühmtesten Musicals unserer Zeit. Mehr als 36 Millionen Menschen auf der Welt haben es gesehen. Das ist wirklich viel für ein Musical in Saigon. Schreibe 32 Länder. Auch ziemlich viel. Ich bekomme all die Hilfe, die ich brauche, besonders mit der Sprache. Das wäre die größte Herausforderung für mich, weil ich nicht Deutsch spreche. Es ist ein bisschen nerve-racking, ich werde es nicht verletzen. Aber ich denke, es ging gut. Für mich bin ich sehr glücklich. Es ist ein sehr ensemble-lastiges Stück. Auch wenn wir zu zweit gerade im Fokus der Geschichte stehen. Aber ohne die anderen würde das auch gar nicht funktionieren. Weil sie formen für uns diese Atmosphäre, die wir unbedingt brauchen. Es ist wahnsinnig intensiv. Wahnsinnig emotional. Emotionaler als ich gedacht hatte. Die größte Herausforderung für mich gerade ist, es durch den Song zu schaffen, ohne zu heulen. Wir haben jetzt ein Jahr gewartet. Und das mit so einem Stück wieder anzufangen, ist einfach der Hammer. Ich meine, die Musik, das Script, das ist einfach sehr schön. Naja, ich freue mich sehr. Wir haben ja lange Zeit dann halt diese Durchstrecke gehabt, wo wir nicht arbeiten konnten. Und sobald wir angefangen haben, da habe ich sofort gespürt, ich liebe die Stadt sehr. Ja. Es ist noch etwas unreal. Aber es ist wirklich schön, dass es das eigentlich passiert ist. Genau. Ich fühle mich jetzt, das ist wahrscheinlich die größte aufzunehmen Version der Produktion. Und ich denke, weil das in unserer Welt passiert ist, wird es sehr, sehr stark sein. Und ich denke, es ist sehr, 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 sehr.